hallo und herzlich willkommen zu einer ersten folge launch and check dem format hier bei dem wir mal neue spiele reinschauen und wir gucken uns heute mal die demo vom airport renovation an ich habe bis jetzt nur den ton angepasst ich hoffe das ist so in ordnung deswegen gehen wir mal ohne irgendwas zu wissen hier in dieses game rein wir haben 5000 dollar das kostet 50.000 können wir trotzdem auswählen ich würde sagen das intro überspringen wir mal nicht wie der name schon sagt es geht darum ein airport zu renovieren und wieder betriebsbereit zu machen ok landen ist wohl nicht vorgesehen sonst ok sieht man jetzt auch jetzt kommen die ganzen grasstrukturen auf der landebahn zum vorschein das wird ein bisschen an arbeit sein ich bin mal gespannt wie weit das jetzt in der demo auch schon geht wie weit wir hier kommen so erstmal die tür zum hangar finden wird uns gott sei dank dahin schon angezeigt wir können auch direkt sprinten das können wir auch schon auswählen ok anders als bei vielen spielen ist das mit der rechten maustaste bei vielen ist sowas ja auch bei tab ok muss man sich glaube ich auch dann ein zweimal dran gewöhnen vielleicht geht hier auch so auf ok das schloss werden wir nicht aufbekommen wo ist besser dann machen wir uns mal strom an und hoffentlich damit auch licht perfekt die radio und dann rufen wir mal amelia an wie war unsere landung ja wir haben es runter geschafft sind nicht verletzt ok jetzt sollen wir hier die fünf bäume ja entfernen damit unsere supply kisten besser hier runter kommen machen wir mal erstmal leichten mal gucken was passiert da machen wir mal einen starken schlag ok dann fällt er direkt um ok die spond auch direkt wohl nähe bleibt sogar noch ein hindernis aber wir haben trotzdem geld dafür bekommen aber reicht wohl erstmal dann gucke ich mal so dass sie nach hinten fallen reicht vielleicht auch direkt ein guter schlag perfekt gibt auch wieder geld das hat nicht gereicht vielleicht kann man auch weiter unten das ganze zu machen damit nicht so viel stehen bleibt kann ich mich irgendwie hocken nee leider nicht oder noch nicht okay wir sollen uns irgendwo verstecken dass wir nicht getroffen werden und dann sollen wir daraus die items nehmen du fliegst aber genau über mich ich drüber gerade da ok da sieht man die kiste dann halten wir doch erstmal gesunden abstand damit ja nichts passiert ok wir brauchen also die achse auf jeden fall für alles gefühlt und laubbläser das ist cool animiert dass man so da dran kommt ok jetzt zählt es als offen dann interagieren wir mal ja hier war ganz viel sand das habe ich vorhin schon gesehen als wir lang gegangen sind ok ich denke mal das gibt jetzt einfach nur alles im tutorial gell ich kann mir nicht vorstellen dass wir dafür auch so viel geld in zukunft bekommen weil es ja doch jetzt schon nicht wenig ist was wäre okay wir kriegen richtig viel geld ich glaube wir hatten 9000 bevor wir angefangen haben sind es bei 25 prozent haben 23.000 ja gut vielleicht ist das jetzt auch einfach als starthilfe dass wir ja gleich vielleicht irgendwas kaufen müssen kaufen können ich weiß gar nicht ob ich das hier wirklich runter pusten muss oder ob es einfach reichen würde wenn ich hier normal lang gehe ich glaube den rand den oder am rand könnte man was übersehen wie ich es auch gemacht habe man sieht seine ganzen doller noten die jetzt noch hoch kommen gut vielleicht gehen wir nachher noch einmal am rand entlang hälfte ist auf jeden fall schon mal geschafft geld ist auch sehr sehr viel schon da zusammen gekommen weiß jetzt ob wir auch wirklich 100 prozent machen müssen oder ob die irgendwann sagen vorher können wir schon beenden beziehungsweise ja vielleicht sogar mehr als 100 prozent liegen und ab 100 prozent dann einfach die quest vorbei ist okay ist auf jeden fall noch lange weg bis nach da hinten sonst müssen wir im zweifel noch mal am rand entlang gehen obwohl es ja doch dann relativ schnell geht so lang scheint das ja auch gar nicht zu sein die landebahn haben wir jetzt die 80 auf jeden fall voll ein größerer haufen liegt da noch da liegt auch noch müll ich denke wir werden gleich auch noch müll entsorgen müssen oder den pusten wir jetzt auch damit weg aber wir können noch mal weiter geld verdienen indem wir auch noch mal das was wir sehen mal eben weg machen und wir kriegen ein neues item und das hier hat sie haben wenn ich es richtig sehe dass da immer auch eine große meldung kommt falls man das irgendwann mal nicht mitbekommt oder irgendwie im haus ist oder so das war knapp ich habe es nicht mehr gesehen als ich gerade nach oben geguckt habe okay jetzt können wir gleich das gras ein wenig schneiden ich hätte gerne aber erst mal einen müllsack für solche gegenstände hier vor dem terminal und ja überall gefühlt fangen wir einfach mal an und gucken mal wie lange das dauert es gibt auf jeden fall wieder geld seht das hier schon mit ne das zählt noch nicht wir müssen wirklich hier am rand lang gehen der müll hat keine kollision das ist schon mal gut und dann heißt es jetzt einfach ganz viel schneiden so ein prozent fehlt noch den machen wir noch eben wir sehen hier ist auf jeden fall noch ein bisschen mehr gras gewesen wie auch bei dem sand aber trotzdem noch eben kurz weg machen ich glaube das sieht auch nicht ganz so hübsch aus wenn das jetzt hier noch dem bleibt vor allem das hohe gras ich glaube das machen ganz guten eindruck jetzt stehe weiter weg dann können wir erstmal hinlaufen gucken was diesmal drin ist drei items haben wir schon kennengelernt gucken was jetzt item nummer vier sagt das ist ah zum sauber machen okay ich dachte gerade das wäre vielleicht irgendwie eine zange für den müll oder so ah ok zerstöre die axt äh oder nutze die axt um müll zu beseitigen alles klar nehmen wir erstmal das neue item ok wir sind viel hier machen obwohl ich glaube sinnvoller wäre es erst wenn wir sagen wir entfernen den müll da kommen wir überall besser dran ok 16 prozent das geht sogar relativ zügig wenn es dann nur dieses eine gebäude ist ja gut hier drin sieht man da war jetzt längere zeit niemand mehr da war sogar jetzt gerade ein provisorisches bett auch den könnte man doch vielleicht sogar restaurieren oder das wäre ist irgendwie ein bisschen schade dass der jetzt so weg kommt mal gucken ob wir sowas relativ zügig nachbauen können auf jeden fall sehe ich hier dass es an mülleimern gefehlt hat so viele flaschen wie auf dem boden liegen also da sollten wir auf jeden fall welche anschaffen ok toilette ist auch hier drin und hier ist büro ok machen wir einmal ok den ok von der anderen seite dann denke ich mal ja ok war von der seite aus kann ich sagen bleibt das telefon vielleicht sogar stehen so und jetzt müssen also da steht nichts von drinnen sauber machen gibt geld aber ist nicht die quest deswegen machen wir mal hier die tür zu und kümmern uns hier draußen und das was sich die natur zurückgeholt hat machen das alles mit dem hochdruck reiniger mal wieder sauber gut dass das eine kleine terrasse ist das geht doch relativ zügig ist auch nicht das größte gebäude ich denke mal das sollte auch relativ zügig gehen wenn wir jetzt gerade gesehen drin kann man auch sauber machen ich denke mal das wird die nächste quest sein da drin ist sogar noch mehr müll ich sehe noch da eine lampe an der decke oder zumindest zwei oder eine an der decke eine an der wand 24% ist hier das auch irgendwie ne ja ich denke mal hier kann man nach und nach vieles sauber machen hier ist auch noch ein bisschen was was man mal abschneiden könnte mit dem kantenschneider gut um das um die landebahn herum war auch noch so viel hohes gras aber das gehört nochmal dazu wenn man das hier wieder fertig machen möchte für gäste also ich würde auf jeden fall wenn ich gleich oder wenn wir gleich drin sind als erstes dann die beiden lampen noch entfernen dann haben wir das alles einmal weg ich würde jetzt auch hier die wände komplett fertig machen auch wenn wir vielleicht schon vorher fertig sind obwohl das knapp wird 85% so viel ist das jetzt aber nicht mehr 92 97 97 ja hier unter dem fenster ging noch ein bisschen was immer am rand entlang das ist glaube ich immer am einfachsten dass man da was übersieht obwohl ne die fenster werden sein machen wir das mal vorne dann sollte die quest schnell vorbei sein ich weiß nicht ob ich da so drauf gehalten habe wie jetzt bei den letzten fenstern oder tür vielleicht die ist okay ab und zu kommt ja noch ein dollar das heißt irgendwo ist immer noch eine kleine stelle aber es hat jetzt in der summe noch nicht gereicht für den letzten prozent jetzt da waren jetzt sogar noch einmal 40 dollar okay ein sturm kommt ist schon mal nicht so gut das ist eine uhr hier okay aber das kann alles weg funktioniert eh nicht mehr ja dass wir das jetzt hier drin nicht sauber machen dürfen oder hoffen ich weiß nicht ob ich dadurch jetzt schon was kaputt gemacht habe da kommt jetzt der sturm da kommt das paket ach achse dich auch behalten können ja das ist jetzt wirklich eine überraschung einmal die seite dann dürfte das reichen weg interagieren ah ja da ok ja natürlich wollen wir nicht fliegen wenn es nacht ist oder wenn sturm ist ja was nimmt man denn jetzt so ich denke mal wir nehmen jetzt einfach mal weißes licht ich glaube das ist am besten noch zu erkennen und platzieren dann jetzt in aller ruhe beim gewitter die 30 lichter 28 haben wir letzten beiden fehlen jetzt noch dann haben wir zumindest auch jetzt licht jetzt sollen wir wieder den strom anmachen jetzt geht es auch hier richtig los wir haben wir deswegen kurz oder die lautstärke ein bisschen runter guten sturm ist immer laut ich hoffe mal der hört jetzt dann relativ zeitnah wieder auf wenn das häufiger passiert dass hier das licht ausgeht oder der strom rausfliegt die sicherung nicht mehr geht dann haben wir auf jeden fall ein problem ah ok wir können jetzt sogar das game beenden indem wir sie nochmal anfunken ok dann können wir noch bäume cutten gras entfernen ok 97 prozent haben wir bei wenn es jetzt richtig ist natürlich das beste wetter mit draußen was sauber zu machen oder zu entfernen ok mal einmal nochmal hier drin können wir haben auch irgendwie licht hier drin aber zumindest läuft alles soweit ne sonst könnten wir das spiel nicht abschließen oder die demo nicht abschließen schade dass wir das hier nicht wieder oder jetzt noch nicht wieder fertig machen dürfen oder also wieder einrichten wieder ein paar lampen installieren vielleicht auch mal ein flugzeug sehen was kommt und landet aber man sieht auf jeden fall es lohnt sich denke ich mal alles mitzunehmen wenn wir gerade gucken wie viel geld wir jetzt einfach noch machen durch optionale sachen ich denke mal es wird darauf hinauslaufen dass man dann ja schon ab zeitpunkt x verkaufen könnte so wie das vielleicht jetzt schon der fall wäre aber man kann sich dann auch noch entscheiden das ganze ein bisschen fortzuführen ok das ist auf jeden fall das zweite von unten ich will jetzt einmal noch mal ganz kurz gucken was wir denn noch alles hier so entfernen könnten ok dann können wir wirklich jedliche art von müll beseitigen also können wirklich einmal komplett aufräumen das ist hier auf jeden fall mehr als nötig hier bräuchte es einige container um das hier alles wieder auf vordermann zu bringen ok das ist das aller unterste ich will noch einmal gucken wie das hier drin aussieht zählt das auch ja jetzt auch zu dem untersten ja ich würde sagen ich säuber das alles mal hier komplett und bevor wir das spiel abschließen gucken wir uns einfach mal an wie diese demo wie dieser demo flughafen aussehen würde wenn wirklich alles bei 100 prozent ist einfach mal um zu gucken wie schön das hier dann auch ist deswegen sage ich einfach mal bis gleich es ist vollbracht der airport ist aufgeräumt ist renoviert wir sind jetzt im hintergrund noch ein paar Grashalme aber die gehen sofort weg wenn wir uns dahin bewegen wir stehen jetzt hier da wo wir mit unserem Fallschirm gelandet sind und gehen jetzt einmal zumindest hier können wir ja noch rennen gehen jetzt einmal da entlang so wie es hier aussehen könnte ihr seht vielleicht auch am wert es hat sich einiges getan fast 300.000 ist das ganze hier jetzt wert hier ist wirklich überall der Müllweg also könnte sein dass 1,2 Flaschen nochmal irgendwo liegen man hat die 100% meistens vorher schon geknackt gehabt auch hier sieht das alles sehr sauber aus die Türen habe ich geschlossen damit ich die von der anderen Seite saubern konnte beziehungsweise von beiden Seiten dann ich bin mal gespannt ob man im Hauptspiel dann das ganze hier auch wieder einrichten darf ich glaube da kann man sich auch sehr sehr austoben je nachdem was man so haben möchte in seinem airport beziehungsweise ich denke mal dasselbe zählt auch dann hier für den Hangar ihr seht einige Sachen hier sind stehen geliebt das heißt man hätte sogar einige Lagermöglichkeiten beziehungsweise hier sogar äh ist das für die Passagiere vielleicht zum Aussteigen sogar ne das sieht nicht so aus ja auch hier könnte man einiges unterbringen vielleicht ja sogar dann Flugzeug aber ich würde sagen wir gucken mal was jetzt passiert wenn wir nochmal das Radio einschalten und nochmal mit Emilia telefonieren und sie gratuliert uns dann doch nur noch zu einem guten Job ok jetzt sehen wir gerade 92% sauber gemacht Gras gecutt und 100% das ist jetzt der Sand auch 100% ich hätte sogar noch mehr saubern können ok wurde mir aber nichts mehr angezeigt ja ein paar Objekte sind dann anscheinend auf der Karte gewesen wenn wir noch 96% gemacht haben da sehen wir jetzt die ganzen Zahlen und ja Bäume war so das offensichtlichste da so 100% geschafft damit haben wir fast 300.000 Dollar hinbekommen und es kann das erste Flugzeug landen also der Flughafen scheint jetzt gut eröffnet zu sein beziehungsweise ja macht Spaß auf mehr ich bin mal gespannt wie das dann in der Hauptversion aussieht was da alles noch kommt aber ja das werden wir alles erst dann in der Vollversion sehen ich bedanke mich jetzt hier erstmal fürs Zusehen das war es vom Airport Renovator und ja ich bin mal auf die Vollversion gespannt ich hoffe ihr auch lasst mir gerne eine Bewertung da und vielleicht sehen wir uns ja dann auch zur Vollversion wieder wenn ihr nichts verpassen wollt gerne auch ein Abo da lassen dann kriegt ihr zumindest mit wenn es hier mit der Vollversion weiter geht ich sage tschüss bis dann ciao 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 ciao